Okay Leute, willkommen zum Auftakt von Deines Okay Und ich habe nachgeschaut, was das jetzt alles bisher gemacht war optional Das hätte ich nicht brauchen, das hätte ich nie mal aufnehmen müssen Aber egal, der Vollständigkeit halber habe ich das jetzt gemacht Das letzte Mission, die ich jetzt machen werde Äh, ja, ich bringe ein Paket Das ist Miss Adendi Ich überspringe das einfach Und die trifft ihn dann, hier Und die nächste Mission wartet jetzt schon, das ist mit dem Draht Das mache ich jetzt auch noch Danach kümmere ich mich nur noch um Afrika Den optionalen Gebiet Die anderen zwei optionalen Gebiete muss man erst freischalten Wenn man alle Dinos hat Ich habe nicht Lebensmittel, ich habe noch ein Leben Äh, Teleporterraum, wir gehen nach Europa Und dann haben wir auch dieses Story Und dieses Let's Play auch dann komplett zu Ende Gibt es nichts mehr zu tun für mich Außer mit Innozuma Eleven und Pokémon Conquest Ich werde dieses Projekt fertig haben Dann fange ich erst mit den anderen zwei an Sonst geht mir das noch auf den Piss Und Macht mir miese Laune Irgendwo bei Irgendein Typ muss sich das geben Die Wärmflasche Die wir ja bekommen haben Und danach, äh, nachdem ich Afrika erledigt habe Werde ich dann In der Nähe des Committen Zorns war das Hat er gesagt Nachdem ich Afrika erledigt habe Werde ich dann Was? Äh, 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 äh Du? Was? Sander ist was? Ist eins nicht zurückgeblieben, die hier in der Hand Okay, dann muss ich Sander noch besiegen Dann habe ich das endgültig, wobei Äh Dann habe ich endgültig das Spiel Wo, äh, durch Muss es nicht mehr machen Ich kann mich erinnern, dass wir davor nicht hierher konnten Oh, Truhe Jetzt habe ich die Wärmflasche Abgegeben und Jetzt kann ich So gesagt Nach Gobi Village Und Sander mache ich zuletzt Was dann, glaube ich, ist Auch das Habe ich dann endgültig alles fertig Also Sander ist der letzte Gegner, den ich jetzt noch fertig machen muss Ja, komm Jetzt mache ich nur Afrika zu Ende Und dann Bin ich endlich mit diesem Projekt fertig Endlich bin ich dann fertig Teleporterraum Gobi Village So lange bin ich hier An diesem Projekt So viel schneiden Und dieser Postbote hier Bei dem müssen wir es abgeben Damit müssen wir jetzt wieder nach Afrika Unserem Zielort Passt hier Man muss es den Typen da wieder geben Damit kann man ein, äh, Megaraptor finden Welches ist richtig Gleis Dreckiger Zettel Kalimba-Wüste Ja, okay Dann mache ich das mal Wenn ich dabei bin Dann mache ich das auch gleich mal Kalimba-Park Hier gibt es nichts mehr Okay Also von hier aus Muss ich jetzt dann Warte, ich muss mir den Zettel anschauen Zwei mal Süd Zwölf mal Osten Wie zwölf mal nach Osten Also Osten geht die Sonne auf Eins Zwei Drei Vier Fünf Sechs Sieben Acht Neun Zehn Elf Zwölf Okay Der Osten ist rechts Ja, Osten ist rechts Berlin Ja Zwei mal nach Norden Und vier mal nach Osten Ich glaube ich mache irgendwas falsch Eins Zwei Drei Vier Fünf Sechs Sieben Acht Oh, dieser Zettel ist so scheiße Egal Ich habe nie mal Lust das irgendwie zu suchen Soll ich aber das suchen Ich weiß nicht Ich habe auch keine Lust dazu Mh mh, mache ich nicht Ihr könnt selbst suchen Ich habe euch jetzt gezeigt Wie ihr diesen dreckigen Zettel bekommt Für Megaraptor Sucht euch Den Und fangt ihn Wenn ihr wollt Dann muss ich von hier aus Ein Eins Zwei Nein, das klappt auch nicht Mh mh Oh Kraft der Dinosaurier Wieso ist dieses Gebiet so riesengroß Die Shaila Oh, sie liegt gerade aus Oh, so hieß meine Hex Wieso gibt es hier keine Karte, Mann Wer habt ihr jetzt gefunden Warte, war da oben ein Typ? Äh, ja, komm Was? Der will seinem Bruder frisch Luft schenken Das nenne ich doch mal Liebe Wer bist du denn, Puzzli? Ach, mein lieber Gott Wo ist die Karte? Bitte sei es die Karte da oben Bitte sei es die Karte Bitte Wieso Verarscht ihr mich alle? Ah, irgendwie bin ich so einfach festgekommen Okay 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 Meine Frisse Meine Frisse Ich bin nur wegen einer scheiß Ich bin nur wegen einer scheiß Map hier Ich bin echt nur wegen sowas hergekommen Ich bin der Wahre Okay Okay Ich hab dieses Gebiet jetzt durch Okay... Okay, neue Dinos. Jo, Baria. Okay. Yay. So, so haben wir seinen Arsch jetzt gerettet. Jetzt will ich ja irgendwie... ...dankbarkeit von dir haben. Und was ist jetzt? Ich wette, gibt's nur Handbuch oder so. Könnt ihr selbst suchen gehen. Ich glaube, man muss irgendwo hier rein. Das ist die einzige Möglichkeit, die ich jetzt nachdenken würde. Was wollt ihr denn hier? Ich bin gerade mit dem Grabung... ...gestellte, ja. Hm. Ach. Wir haben jetzt frische Luft. Yay. Keine Ahnung, wie man das jetzt transportiert. Aber ich transportiere es irgendwie. Mhm. Ach, weißt du was? Like me. Scheiß auf die Truhe. Ich hab besser zu tun als das da. Und... ja... Wir sehen uns gleich wieder. ewIND tro... ...und... ja.... Wir sehen uns gleich wieder. Wie! Wie!